Übrigens, Leute, wir haben jetzt auch einen Creator-Code und zwar einfach nur Prank Bros. Wenn ihr uns kostenlos supporten wollt, knallt den rein, Leute. Peace. Leute, was geht ab? Heute das erste Mal OG Fortnite und zwar mit... Oh yes. Kevin. Kevin, ich bin am Start, Leute. Yes. Leute, wir zocken so lange Fortnite, bis wir den Win holen. In OG Fortnite auch noch. Hier ist der Timer. Der läuft bald ab und die MAD geht noch für 20 Stunden. Das heißt, wir müssen innerhalb dieser 20 Stunden den Win holen. Sonst sind wir absolute Lappen und löschen Fortnite für immer. Ja, Mann, das ist die Challenge. Auf jeden Fall Daumen hoch für mehr Fortnite. Das Ding ist, wir fangen jetzt wieder an mit Boundies. Auf dem Gaming-Kanal wird in Zukunft Fortnite kommen. Das ist jetzt noch mal eine Ausnahme, aber in Zukunft alle Gaming-Videos werden auf Fortnite kommen. Und ich bin jetzt öfters live auf Twitch. Check Twitch ab. Link in der Beschreibung. Mark-Official-Check das ab. Ich bin weder Destin auch immer am Start. Also, wenn wir eh für Braulies produzieren, bin ich dann auch online. Also, ihr habt quasi von uns beiden dann was. Yes. Und ich bin auch gerade live. Und das ist die Live-Challenge. Bis wir gewinnen, so lange zocken wir, Minimum. Und ja, Mann, bist du bereit? Wir machen Duos-Runde. Ranked aus. Reiz, Digga. Wir machen aus, weil sonst kriegen wir auch Fresse. Wir müssen ja Win holen. Okay. Alles vorbereitet. Let go. Oh, Mann, ey. Was meint ihr? Gewinnen wir die direkt? Ich glaube, irgendwie gewinnen wir direkt. Du hast ein gutes Gefühl. Mhm. Mhm. Okay, okay, okay. Mit M-Karte, ne? Drück mal her. M-M. So, wo wollen wir landen? Warte, ist das die OG-Map, Alter? Doch, doch, doch. Shifty-Tilted-Towers, Bruder. Oh, ja, Mann. Shifty-Shift. Da werden viele landen. Sollen wir erstmal... Boah. Pleasant Park? Bruder, Pleasant Park. Da gibt's viele Häuser. Okay. Let's go. Let's go. Da hinten das Haus, genau, wo du hinfährst. Genau unter dir. Genau unter dir. Ja, ja, ja. Läuft sich der Schatz ist drauf. Boah, fühlt sich echt wie früher an, ne? Ich schwöre, Alter, Leute, diese OG-Vibes. Pleasant Park, Alter. Wo Fortnite so gehypt war und nicht mehr aufzuhalten war. Okay, ich nehme das Haus neben dir. Ja. Wo verhältst du? Nur wenn man Leute zocken sieht, das sieht so easy aus, ne? Ja. Das ist einfach zockt. Ist wie ein Fitnessstudio, wenn du durchziehst. Routine, wenn Lanzhanger bist. Ja, aber dann kommst du selber, dann denkst du, Bruder, wie machen die das? Aber das ist so komplex, ne? Ja. Weiß echt viele Tore. Krass, Mann. Krass, Mann. Denkst du auch, die ganzen Loot-Sachen sind auch so OG, oder? Nee, 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 die sind anders. Zum Beispiel, ich hab jetzt irgendwas, irgendeine Rakete. Ah, okay. Das ist rotes. Kein Plan, was das ist. Da muss das hier oben. Bei dir alles easy? Ja, alles easy, ihr seid. Ruhig. Boah, Reweiber, aber ich nehme an diese. Okay, ich komme mal rüber. Oh, wie ist das? Okay, ich bin eigentlich gut ausgerüstet. Ja, bei mir auch. Ja. Oh, da hinten ist jemand. Wo? Hier hinten, da rennt jemand. Komm raus, komm, komm. Wo ist das? Die folgen dir. Die schießen schon. Der schießt, einer schießt auf mich. Warte. Irgendeiner hat mich angeschossen. Ich gehe ins Haus. Bruder. Ich kann einfach angeschossen. Ich kann einfach nicht durch die Fenster schießen, Bruder. Hier drauf, hier drauf. Zwei Leute, zwei Leute. Einer hat fast. Halt dich durch, komm. Einer hat fast tot. Komm, komm, komm. Die sind die Vorsitzende. Komm, ich komme, ich komme. Bruder, die kommen. Ja, so geht es schon. Die Portion. Einen habe ich. Nice. Nice. Nice, nice. Halt. Pass auf, Mann. Ich dachte, ich habe einfach Leute. Komm, hier rein. Komm, hier rein. Digga, ich war richtig wackelig, aber die waren auch richtig genug. Ich glaube, wir wurden so gerankt, Leute. Erster Kill, Alter. Ich bin ja auch hier Level 1, vielleicht hasste ich das ja an. Ich glaube auch, ich glaube auch. Bin ich echt froh drum. Man denkt immer so, irgendwie jeder ist ein Pro, wenn du so ein Anfänger bist. Aber gut, dass es nicht so ist. Genau. Mit C kannst du Treppen bauen. Mit C genau bauen, war ja noch gar kein Thema. Und dann einfach. Genau, Treppen mag ich erst mal wichtigste. Ja, so basic. Zubauen ist dann so ein bisschen. Genau, mit C. Wenn man die Nerven der Fertit. Okay, die Bannerwünsche, lassen wir hier snipen. Warte, wir machen mal dieses Bauding weg wieder. Machen wir das wieder weg. Bro, wir legen mal dieses Baud wieder beiseite. Ja, ich hab noch einen. Genockt. Jetzt sind da Bauding. Wir haben wohl noch einen Kill, Leute. Zweiter Kill. Äh, Kuh, Kuh, Kuh. Ach, Kuh, okay. Was konntest du denn mit den Chal? Oh, das ist ja irgendwo ein Schatz, Alter. Ja. Mit F nimmst du links, ne? Guck, hier zum Beispiel eine Treppe bauen, Leute. Was nimmt man mit F? Äh, Spitzhacken. Ja. Oh, das ist ein Drink. Das ist ein Drink. Oh, ja, auch einmal. Brauchst du Medi? Ich hab... Immer nehmen, immer heim. Wichtigste. Wichtigste. Ich hab drei Dings. Leute, zwei Kills, was geht ab? Leute, Pleasant Park, kommen wir übernommen. Schwierig ist keiner mehr, wir haben übernommen. Komm, lass die Looten da hinten. Aber der hat noch einen Mate. Ich hab nur eingekillt, der war nur am Boden, weißt du? Mhm. Halt ich bereit. Oh, tschak, tschak. Kann sein, dass wir heute... Tschak, tschak. Boah. Komm hier rein, komm. Komm, nimm. Willst du den trinken? Dann bist du full. Dann kann man... Ah, trink hier. Ich hab noch 50. Oh, geil. Danke. Oder das ist unsere Runde, ja? Ich riech das, Alter. Schwöre. Das wäre jetzt der perfekte Einstieg. Ich schwöre, erst zur Runde. Können direkt aufhören. Können direkt aufhören. Direkt aufhören, Alter. Oh. Schockwellengranate. Ja, ich weiß, was das ist, aber ich hab perfekte Waffen eigentlich. Also eine Schrotflinte für Nahkampf. Genau, genau. Ein so ein Sturmgewehr. Ja, habe ich eigentlich. So ein so ein Sniper-Ding. Hier, dieses grüne kannst du einschnehmen. Ja, hier, diese in dieser Garage, Alter. Warte, geh nicht zu weit von mir. Hm. Okay, jetzt können wir ein bisschen ruhiger spielen. Auch entspannt ein bisschen die Leute killen lassen. Okay, ich mach mal kurz Pool. Ah. Okay, 37 Leute noch. Ich weiß nicht, ob wir mitzählen. Ich glaub 35 Leute. Easy, oder? Ja. Lass erstmal hier hoch kurz. Ja. Mal gucken, was abgeht. Ja, mal erstmal den Überblick verschaffen. Diese Bauern, Alter. Hm. Hm. Ich glaub, das hat man schnell raus, wenn man das einmal richtig trainiert. Ja. Wege bauen, das wird schnell. Wege bauen, das wird schnell. Okay, wir können hier ein bisschen scopen. Wenn jemand schießt, machen wir direkt Wende. Mhm. Kannst direkt markieren. Hey, das ist ein Schatz. Okay, komm, lass mit der Zone gehen, so. Okay. Ich weiß nicht, ob man stirbt. Ich glaub, bau die Treppen, drück zähl. Und dann, wenn du runter springst, immer eine bauen, so weißt du. Okay. Okay. Ich kann auch direkt auf deine Jump. Oh, mein Ende schritzen, Alter. Haha. Man will abliefern, ne? Direkt. Ja, Alter. Dann darfst du unsere Runde. Der Junge ist ja legendär. Äh, echt legendär. Schöne. Boah, sie hießen Ball. Ich glaub, mit dem kann man fliegen, ne? Ich hab das mal gesehen. Ich bin nicht... Guck. Haha, wie witzig. Okay, ich beschütze mich. Ey, was ist da oben für ein Ding? Kann man das abknallen? Guck mal da. Schieß mal drauf. Was ist das? Leute, was ist das für ein Bahnlein? Hä? Geflogen. Ja, da kam ein Loot raus. Da kam ein Loot raus. Leute, was geht da? Ey, du hast ein Jetpack oder so. Das ist ein Jetpack. Wow, Alter. Okay. Ja, da musst du Waffe opfern aber, ne? Aber, ja. Hier sind Minis, Minis. Scheiß auf Jetpack. Okay, scheiß doch. Komm. Kannst du die Minis noch nehmen oder nicht? Warte, ich guck mal, ob ich die nehmen. Äh, ich hab sechs Stück noch. Ja, ich kann die nehmen. Ja, nehm ich. Okay, komm, weiter geht's. Ja, ja, bin full. Okay, ich guck schon mal, was da vor. Hat er gerade da geschossen? Gib mir Rücken. Ey, Leute, ich muss die basic erstmal rein kriegen. Die verdammte Zone, ey. Da hab ich dem gar nicht drauf geachtet. Aber wie legt sich das ab? Ja, geht doch so entspannt. Immer eins, zwei. Dieser Ball ist ja anderswillig. Willst du auch mal leisten? Das ist jetzt immer in diesem Tempo. Schuss mal lean, klein Maus. Passt der Ball. Das wäre jetzt so traurig, wenn man dadurch stirbt. Nein, 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 du stirbst nicht. Komm, komm, komm. Easy, easy, easy. Ich laufe einfach, ne? Ich zieh durch. Ja, hier, hier. Hier ist gleich vorbei. Und dein Ball. Achso, er hört dann auf. Ja, was ist denn dieser Ball, Alter? Wie geil ist das denn, ja? Ah, gut. Ich geb dir die Droppe Sachen. Leute, wir droppen Sachen. Leute, wir droppen Sachen. Leute, schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell, schnell, wir droppen. Dürfen wir nicht viel frisch für dich. Hier ist, komm her. Hier, nimm kurz alle. Ja, man, danke. Und, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Okay, wir sind näher von der Zone. Check mal die Lage schon mal ab. Der Ball ist crazy. Ja, Mann. Boah, krass, brauchst du gar nicht bauen. Kannst du einfach mal so. Ey. Ich musste noch irgendwie die Steuerung treffen. Boah, der ist so anders. Ey, warte, Bruder. Ich bin nicht so fit im Blauen, ne? Wenn dann nicht die Bauern kommen. Wie ist ein Skateboard, Bruder? Du musst hier hoch. Du musst die Skateboard nehmen. Ah, okay. Nimm C einfach. Genau, bau dich mit Treppen hoch. Ich denke mal, du hast genug Material. Äh, ja. Okay, nichts. Gut. Äh, cool macht man das. Wir müssen gewinnen, Alter. Okay. Weiter hoch, ne? Ja. Alter, das ist ein Schatz. Was ist das? Ich krieg mir auf das Anbruch stecken. Ah, ja. Holz. Oh, Mini 6. Okay, hier ist ein Skateboard, komm hier. Fahr du das, Mann? Nein, muss mein Ball? Nein. Die Zone kommt mein Ball, wo's der? Komm wir unten. Nimm du das Wettbott hier. Fahr das. Hier hin. Bin ich da schneller? Ja, Seth. Das lege ich dafür ab. Nee, ich glaub, du kannst einfach so fahren. Überall? Durch die Luft? Nein. Oder kannst du jetzt durch die Luft fahren? Oh Mann. Oder kannst du mit drauf? Nee, ne? Egal. Kann ich damit schweben? Krass. Guck, mit den Ballen und das. Junge, wir werden zu krass. Na doch. Wir werden zu heftig. Boah. Oh Mann, das werden wir voll gut aufgestellt. Egal, komm. Ach, blaue Pumpe, schade. Schade, hab ich gesehen. Das wär ja zu perfekt, ne? Ja, Mann. Der ist einfach weggeräumt, einfach. Egal. Ach, also man kann ja alles hier hochschleiden. Ich sag ja, man kann überall schleiden. Wie ist das? Also es gibt geile Sachen. Ja, ja. Check schon mal die Lage. Der Gegner in die Arme fliege. Meteorit? Meinst du? Das ist das Life Event, glaub ich, dieser Meteorit. Mhm. Das frei bestimmt auf die Erde. Ah, das soll das Ende. Das sieht man schon mal. Genau, genau. Innerhalb dieser 20 Stunden, ne? Ey, nur noch elf Leute. Da hinten sind welche. Ey, wir leg' ich erst ab, das Ding machen. Ich schieß bisschen. Ja, ich will dir helfen. Wir leg' ich erst ab. Ah, einfach werfe ausbilden. Nein, oh mein Gott. Tschüss. Das wär jetzt läppig, wenn man angeschossen wird und dann ist es vorbei, weißt du. Da, der hat nur noch 25, 25. Knall drauf. Boah, einfach drauf. 25. 25. Wir müssen da hin, wir müssen den snacken. Ja. Sau genug, der kann nicht mehr bauen. Ja, der rennt, der rennt. Ich hab nicht erst im Bau. Ey, überlebt es, wenn ich hier runter... 25. Ein Leben, ein Leben. Oder tot. Nice. Viel Kills, Leute. Oh, sauber. Viel Kills. Ey, sterb ich eigentlich hier runter? Komm, komm, komm. Ja. Mach mit C, C, Treppe einfach, Treppe. Einfach Treppe, ne? Äh. Leute, zu wild oder zu wild? Pro oder Pro? Ey, es sind nicht mehr viele, wir bleiben hier kurz. Da ist so ein mega Loot, da sind neue, da sind neue. Die gehen da immer wieder hin. Okay, ich muss da hin. Ich baue Loot, ja. Alles zusammen. Ich komm. Komm, runter, komm, runter. Ich baue die mit C immer Treppe, ne? Okay, wir gehen von hier links aber. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ich komm von hier. Ja. Ein bisschen hier. Checken. Gucken jetzt wahrscheinlich hier. Komm, 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 komm. Ich hab nur noch 24 Schuss mit der links. Ich muss auf Nahkampf gehen. Ich muss. Brauchst du blaues bleiben? Nee, nee, ich bin full, full, full. Sehr gut. Die haben Beef, die haben Beef. Damit wir drauf schießen können einfach von hier. Genau. Lass von hier so mäßig. Lass ein bisschen näher. Bisschen näher. Wir kommen von unten. Jetzt alles oder nichts. Komm, komm. Die sind alle am Feichen. Komm. Okay. Mit Pumpe und so drauf. Kurz ist nicht mehr. Blut hier nehmen, wenn ich Muni hab. Ja. Lass zusammenbleiben. Das hier. Das gab. Wenn. Wenn du willst. Bleib hier. Ich hab keine Muni, Alter. Jetzt. Drauf, drauf, drauf. Alles drauf. Ja. Nice. Ah, nee. Fehlt. Roman. Je, je, je. Ja, Mann. Stopp, stopp. Stopp. Weiter, weiter. Weiter. Alter. Hier ist einer. Ja. 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 Erste Runde, er siegt. Oh mein Gott. Der letzte gekillt, du. Ja. Oh mein Gott. Leute. Es ist grad wie so ein Märchen. Ich schwör nicht. Alter. Boah, es hilft mir grad so ne Motivation, hier richtig gut zu werden. Krang, Leute. Wild oder wild. Alter. Ey, das ist crazy. Wild oder wild. In all den Jahren haben wir jetzt ernsthaft mal wieder gespielt, ne? Alter. Wir haben gesagt, erste Runde, Leute. Streams vorbei, Leute. Peace. Ich wusste nicht, weil das ich bauen kann. Alter. Ich muss, dass wir die Basics werden. Aber ich glaube, wir haben dementsprechend auch ne Nooblobby bekommen zum Glück. Aber wir haben zum Glück echt, das muss man ganz klar sagen, wir sind nicht krass, aber einfach unseren Anspruch gewonnen. Alter, wie geil ist das denn? Boah. Wir haben gewonnen. Erste Runde, erste Mal Fortnite OG. Ich hab aber niemals gedacht. Pleasant Park, Leute. Leute, ihr habt gesehen, ich konnte nicht mal von dem Snowboard runter, also ich bin maximaler Anfänger. Nee, egal. Ich bin trotzdem hyped. Alleine. Aber das motiviert einen grad richtig. Leute, sind wir da heiß. Krass, Mann. Das Schicksal sollte so sein. Boah, Leute. Geil. Geils Gefühl, ne? Ja, man. Leute, gebt nen fetten Daumen hoch für mehr Fortnite. Wie gesagt, auf Brownies kommt jetzt regelmäßig Gaming-Content. Auch geile Fortnite-Challenges, dies, das, Ananas, alles Mögliche. 100% Leute. Abonniert da rein, aktiviert die Glocke. Check Twitch up. Da sind wir dann immer hier. Ja, unseren Content holen und Persönlichkeit kriegt ihr mit von uns, wie wir so reden. Dies, das. Ansonsten. Bis zum nächsten Video. Tschüss.